Der Begriff kulturelle Aneignung beschreibt die Übernahme oder das Ausleben eines kulturellen Aspektes, der nicht zur eigenen Kultur gehört. Die Übernahme von einzelnen Elementen einer Kultur wie zum Beispiel Kleidung, Schmuck oder ähnlichem fällt aber nicht sofort unter dem Begriff. Erst wenn die Elemente abwertend, feindlich oder unreflektiert übernommen werden, spricht man von kultureller Aneignung. Denn dadurch wird die jeweilige Kultur unterdrückt, lächerlich gemacht oder in ihrer kulturellen Identität bedroht.